Moin. Willkommen zu Full Metal Battle Runde 3. Der Sängertausch. Der Sängertausch bedeutet, jeder von uns singt einen Song einer anderen Band. Und zwar im Knust. Und wer wo singt, das werden wir jetzt körperlich ausmeldürbern. Und zwar in T-3. 2. 1. Ja. Dün. Ne. Volldübungen. Oh. Musik Machen wir. Machen wir auch. Machen wir sowieso. Am 3. 10. im Knust. Zieht euch das rein. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Was ist denn aus für ein dickes Kind da hinten mit den Bären, ey? Das gibt's doch nicht. Haha. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht.